Hallo und Willkommen zum heutigen Agrarian Sky 2 mit dem Henning und dem Stefan hallo. Ich habe glaube ich irgendwann erst in der Hälfte der Anmoderation meine Aufnahme gestartet. Dann noch mal hallo für den Henning sein Leute, weil der hat mir etwas durcheinander und verwirrt. Ein kurzes Update zur letzten Folge, gestern war ja wieder keine Folge, das war mein Fehler, weil ich habe das irgendwie alles verballert, dass wir da eine Folge weniger hatten. Ich habe noch einen Petto. Echt? Ja. Ok. Und zwar, ich habe zwischendrin mal wieder etwas gezüchtet. Wieso wird das jetzt alles grün? Ja, weil ich hier bin. Ich habe den grünen Daumen, weißt du? Nein, das verdorst jetzt alles. Und zwar habe ich hier Bohnen gezüchtet und Reis gezüchtet und ich habe alles mögliche hier oben angepflanzt. Teilvoll. Und da haben wir dann im Endeffekt jetzt als Endprodukt rausbekommen Sojabohnen. Also wir können jetzt, wir bauen jetzt normale Bohnen ab, Sojabohnen, Reis und Barley und alles mögliche. Und diese Sojabohnen können wir hier hinten zu Tofu pressen. Ja. Und deswegen... Könnt ich dir was sagen? Ja. Nice. Und deswegen gibt es jetzt auch die leckeren... Ähm... Moment. Hier sind die Burger. Ja. Ne. Oh. Das gibt es auch. Oh. Das weh. Ich habe da im Moment übelste Ohrwurm von diesem Scheiß Typen. Hehehe. Ey. Das geht gar nicht klar. Ich kann auch was viel geileres basteln. Oh. Was kannst du denn basteln? Weiß auf jetzt. Was war das Soja? Kriegt ihr gleich im Lauf der Folge dann. Na klar. Hallo, ich brauche den Gravel. Welchen Gravel? Achso. Ähm. Genau, da haben wir hier hinten bei den Scheffern beiden so ein bisschen... Jetzt sind wir jetzt gerade aktuell so ein bisschen mit Bienen drüber. Also wer sich mit Bienen auskennt, mal ab in die Kommentare unten. Aber sowas von. Geht uns mal ein bisschen auf den Sack und erklärt uns das mal alles so ein bisschen. Was wir hier rein machen müssen. Weil wir haben das Biom Ocean. Seht ihr ja rechts. Und ich weiß nicht was hier für Drohnen reinkommen. Ich hatte früher mal so ein richtig großes aufgebautes Teil da. Oder müssen wir die echt noch größer bauen? Diese Apiari. Soll ich dir was verraten? Ja. Da hast du bestimmt Ocean Drohnen für. Was für Drohnen? Ocean Drohnen. Gibt's die? Das... Keine Ahnung. Das ist jetzt so... Spitz... Jux. Pass auf. Queen. Ach genau. Ocean. Nee Ocean gibt's nicht. Toll. Ja sein können. sind sie ausschauen... Warum jetzt gerade ähm ... Hast du jetzt gerade mal die ganzen Könige gesehen oder was? Nein, nein. Apartin as... Diamante Queen? eine mystical Queen? Ach genau das siehst du den wollte ich auch mal bauen! Das ist ja auch noch eine Quest von AproQuest, mein Buch. Quest-Book. So. Ich habe wieder hier... What? Ja. Ach, dann kann man die umholen, oder was? Du kannst ja irgendwelche generischen Codes ändern. Codes ändern. Codes ändern? Genau, du kannst quasi in seine Vergangenheit kacken. Hahahaha. 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 So. Ähm. Ach, ich habe jetzt keinen Bock auf Queens, Alter. Ähm. Nein? Nein. Keinen Bock auf Queens. Kannst du selber machen. Der King of Queens, Alter. Shopping Queen? King of Queens ist wohl. Ähm. Da. Bist du die Shopping Queen? Ne, aber du. Ah. So. Ein Glück, dass wir ganz viel Bronze haben. Ein Glück, dass wir alles so... Warum? Dass ich ein bisschen Bronze brauche. What? Ich brauche schon wieder. Was denn? Hau aus mit dem Crafting Terminal ab, Alter. Hahahaha. Hahahaha. Hallo? Ja, ne, ist nicht. Komm, mach neu. Hahahaha. Ich gehe trotzdem in den anderen. Hahahaha. Ich war interessant. Genau. Und dann habt ihr mir noch, ähm, dann habt ihr mir noch in die Kommentare geschrieben, wir sollen, ähm, die Schmelze ändern. Wie hießt ihr denn jetzt? Wie hießt ihr denn jetzt? Lil... Miss... Lilifee... 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 Auf jeden Fall, danke dafür. Ähm, ich werde das jetzt die nächsten Folgen auch mal mitmachen. Dann werden wir quasi die Schmelze dann außer Betrieb nehmen. Und wenn dann quasi die, ähm, ja, über einen Packager, ähm, die Sachen packen lassen, dann durch einen, ähm, Pulverizer dann in die Redstone Furnace und dann gleich wieder ins System rein. Das ist dann quasi komplett automatisch läuft. Okay? Ne. Da bin ich nicht mehr zufrieden. Warum? Ich hab mir so viel Mühe mit dieser Schmelze. Ich geb dir... Ja, die brauchen wir dann sowieso noch. Ja, alles klar. Aber wenn das natürlich dann komplett automatisch geht, Alter, ich muss mich mal rasieren, aber, äh, das ist eine andere Story. Hahahaha. Die Facecam an oder was? Bitte? Hast du die Facecam an? Ja, normal. Äh. Äh, ekelhaft. Aber das siehst du gar nicht so toll. Aber ich hab das grad gemerkt, als ich so über meinen Stoppel ge-ge-ge-geleitet bin. Ach ja, so. Hahahaha. So. Wer wusste jetzt, wer hat denn jetzt hier Gravel rausgeklaut? Oh. Nein, ihr wisst nicht, was ich mache. Henning, müsstest du das eigentlich sehen, wenn, wenn die das, äh, oder eventuell wissen, was ich grad mache. Oh nein. Geh weg damit. Hahahaha. Oh, das will doch keiner sehen. Oh doch. Leute, schaltet alle bei seinem Video ab und schaut bei mir ran. Hahahaha. Vielleicht auch bei Sachs. So. Ich sag dazu mal nix. Ich bin da jetzt mal ganz ruhig. Sag mal ruhig. Ey, hau mich nicht. Äh, machst du das ernsthaft mit den, äh, Blut und so? Geil. Möchtet ihr was sagen? Ja. Findest geil, wa? Nice. Ja, äh, wir müssen Bloodmagic so oder so machen. Ja. Bloodmagic. Erstens ist das voll die Cheaterei mit den, mit, mit Bloodmagic, aber... Was? So ne Cheater. Wupp. Wupp, wupp, wupp. Wupp. Achso, Max ist übrigens nicht mehr dabei, ne? Warum? Ah, keinen Bock mehr, sagt er. Achso. Ne, bei ihm startet das Spiel wohl irgendwie nicht mehr und da hat er jetzt keinen Bock mehr drauf. Warum, keine Ahnung. Okay, ich hab erstmal die drei Sachen jetzt erstmal hier hinten gebaut. So, jetzt wollen wir noch Clay. Clay, geil, Mann. Gut, wir haben Clay. Hä, was mach ich denn jetzt eigentlich? Was wollte ich, was... Also, ja, ich weiß schon mal sofort. Alles easy. Ich hoffe, du weißt, was du da machst, oder? Ja, so mehr oder nicht. Ne, ich mein Stefan. Ah, doch schon. Hab die erstmal gebaut. Irgendwas mit Mutationen und was weiß ich nicht. Mach da den. Hä? Der hat uns irgendwann schon einen riesen Creeper erschaffen, der uns in die ganze Welt gesprengt. Oh no. Shit. Ach, ähm, kriege ich jetzt eigentlich noch die eine Blume von dir. Welche Blume? Bigonia. Die in wen? Die Bigonia Blume. What? Wann hast du denn die bestellt? Die haben sie schon in letzter Folge bestellt. Der hat ja schon immer bestellt gehabt. Die mit dem Doppel-E, oder? Begonia. Hä, warum, warum ist hier Gravel drin? Ja, ist ja okay, ist kein... Oh, Alter. Im Pulverizer? Hallo? Was? Warum ist da Gravel im Pulverizer? Weil ich das grad brauchte, Alter. Oh, du hast mir das schön geklaut. Danke, ey. Der bitte immer wieder. Machst du das Gravel? Ja. Voll geil. Ey, voll uncool. Mach ruhig weiter so. Werden wir das alles merken. Liste schreiben. Easy. Jetzt kann hier wieder weiter gespelleried werden. Boah. So. Okay, wollen wir das denn machen, oder wie? Was? Ja, mit der Spellerie und dem... Ey, das machen wir gleich. Ich suche mir grad einen Platz für meinen Altar. Wo? Du brauchst jetzt kein Altar, ey. Am besten in die Nähe von der Zauberei. Guckst du denn schon wieder. Penning. Was? Spenden. Hallo. Meine Blutgruppe ist gut dafür. Ah. Oh. 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 Ich möchte auch mal. Oh, warte. Oh, shit. Warte. Ey, shift rechts click. Rechts click. Ah, ja, ja. Töte dich aber nicht. Äh, wie viele zieht das ab? Ich hab keine Ahnung. Ah, so ein bis anderthalb. Willst du auch nochmal? Äh, ne. Mach ich hier mal. Ey, komm Stefan. Komm her. Dann gibst du dir erst. Du musst dein Blut dazu mischen. Das gibt ne geile Mischung. Dein Blut. Rechts click, ne? Shift rechts click, ja. Ja, aber töte dich nicht, ne? Boah, ich hab gespendet. Boah, schisser. Ich hab gespendet. Ey, alter, dicker Mann. Ey. So, ich brauche jetzt nen Diamanten. Warte mal ganz kurz. Äh, äh, ich spawn dann gleich mal wieder irgendwas. Ich weiß allerdings nicht, was dabei rauskommt. Was meinst du? Haben wir schon 2000 LP gespendet? Hätten wir sehen, ne? Oh. Oh. Irgendwas passiert. Oh. Irgendwas geht jetzt hier ab. Frenz. Wo ist mein Büchlein? Man macht das weg. Oder auch nicht. Wie er ganz entspannt darauf guckt. Oh, das macht der Spur. Oh, das macht der Spur. Hier, schleppe und spende auch mal noch. Oh, ja. Spende mal jetzt. Ich brauche 2000 LP. Noch was. Warum jetzt bist du dran? Oh, ich hab doch nix mehr. Aber hey. Oh. Jetzt. Oh, ihr habt nen Diamanten rausgenommen, ihr Schweine. Oh, ich dachte, das ist schon fertig. Achso. Ähm. Warte mal. Wir wollen jetzt. Hallo. Ja, hallo. Hier, pass mal auf. Ich hab hier nen Safari in der Single Use. Okay, Alter. Fack dir. Ich hab hier noch Pferd. Look at my horse. My horse is amazing. Ich spring das Pferd runter. Hilfe. Oh. Das andere ist doch in Nita gerade. Ja, das wollt ihr keinen Sattel haben. Ich hab hier in das Lied, Alter. Ich hab hier in das Lied, Alter. Ich hab hier ja gemacht und es ist halt mit... Oh, jetzt. Ich glaub. Es gehört mir. Ah. Ich mach das nicht erstes Mal. Ich glaub das Pferd mag ich. Was? Ich glaub das Pferd mag ich. Also noch nicht ganz, aber fast. Geil. Jetzt mags mich. Jetzt mags mich. Jetzt mag mich. Und jetzt. Jawohl. Äh. Dankeschön. Kein Thema, was jetzt mit dem restlichen Blut kriege ich das wieder? Ne, das wird, das brauchen wir eh immer, wir brauchen eh immer mehr. So, claim Reward, ich habe Blood Room. Oh, jetzt wird es erstmal richtig interessant, okay. Welche Quest ist denn das hier? Ähm, what? Als nächstes brauchen wir 50k. Hohohoho, Lebensenergie. Ja, Henning. Welcher Abteilung ist das hier? Ich bin jetzt aktuell im, ähm... Die Assemble, ist das die Assemble? Ne, ne, die... Äh, warte, die Mystical Blood. Ne, welche... Ja, Mystical Blood. Ah, Mystical, alles klar, ich habe das nicht gehört. Master, wie heißt das, Master Blob... Blood Orb. Blood Orb. Toll, da kriegst du nur eine Reward Back für... Ja, egal. Solo-Tanks... Botania... Wer hat zu lachen? Weck, du Scheiße... Alter, komm, was ist das hier gelaufen? Alter, 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 Alter... Wer ist er denn? Kollege! Schon das so ein Typ, Alter. Ach, scheiß Dreck! Oh, Mensch... Ich muss jetzt aber... Hey, Pferdchen! Magst du mich? Weißt du, zufälligerweise noch diese... Diese Anordnung von diesen Runen? Voll cool. Rat für Runen? Ähm, du musstest doch irgendwelche komischen Runen auf dem Boden aufbauen und... Äh, ja. War es nicht so eine Pyramide da drunter? Äh... Ja, ich glaube, ich... Da muss ich mich aber nochmal schlau lesen darüber, weil... Aber Blutspenden ist auch schon mal cool. Ah... Ey, Pferdchen, nicht da runter! Nicht da, das glaub ich! Ja doch, ich schmeiß den Bau runter. Pferdchen, ich glaub, du magst mich, ne? Ja, wir können... Wir können... Wir können Freunde werden. Was hältst du davon? Ey, Spacken! Henning! Ja, guck! Das guckt mich an, das Pferd! Das mag mich! Das Pferdchen mag mich! Komm kurz zu raus! Das Pferdchen mag mich! Hey! Oh ja! Die Runde von meinem Pferd, Alter! Nicht da hoch! Nicht da hoch! Das... Das... Das wolltest du nicht! Aber ich glaub, das Pferdchen mag mich! Haben wir... Haben wir Möhrchen? Ja, gib ihm Möhrchen! Ich geb ihm jetzt ein Möhrchen! Welcher haben... Ich glaube nicht, oder? Haben wir Karotten? Möhrchen! Möhrchen! Haben wir nicht! Oh, wir haben... Wir haben zwei! Oh, guck mal her, mein Pferdchen! Ey! Die... Die... Ey, Digga! Das ist mein Pferdchen! Du spinnst wohl! Geh mal runter! Guck mir jetzt den Karotten! Ey! Hau dich! Ich box dich da runter! Box dich da runter! So! Hallo Pferdchen! Achso, jetzt hab ich wieder vergessen! Äh... Kann ich nicht... Oh, Pferdchen! Ja, feines Pferdchen! Mag mich! Ihhh! Pferdchen und ich sind jetzt Freunde! Ich mag mein Pferdchen! Damit reise ich jetzt von A nach B! Guck! Hallo! Oh ne! Da gehen wir nicht mal! Komm wir gehen schlafen! Du in das rechte Bett! Und ich in das linke Bett! Alter! Welche Armee kommt denn da denn? Bullshit! Hehehe! Hehehe! Hopp! Ich beiß dir in den Fuß, Alter! Hehehe! Hehehe! Ey! War ich nicht! Dann war die Leitung da oben! Ja! Genau! Hochspannungsleitung, Alter! Hier hohe, hohe, hohe Leitungsfäden! Wollen wir in den Neta Pferdchen und deinen Kollegen besuchen? Ja! Dann kannst du den Kollegen mal wieder mitbringen, ja! Hehehe! Ja! Das wenn ich den durchs Inventar schiebe! Warte! Das teste ich jetzt! Hehehe! Ey! Das will ich jetzt mal ernsthaft testen, ne! Ich geh jetzt! Ja! Teste du mal! Alter! Soll ich ernsthaft in den Neta gehen? Mir doch egal! Wenn du verreichst das mir egal! Ist da! Äh! Warte! Du kannst mal nicht da fast da nicht bringen! Ist das da gerade vom Portal was los? Ist da so Action oder so? Weiß ich nicht! Ich hab keine Ahnung! Geh mal gucken! Check mal die Lage Jungs! Wenn ich nicht wiederkomme, bis zum nächsten Mal! Weiß meine Party! Ey Pferdchen! Ey yo! Ey Pferdchen! Bauen wir nicht da Quatsack! Ja! Pferdchen! 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 Bauen wir nicht da Quatsack! Bring das mal mit! Warte mal! Ah ok! Ey das Pferdchen geht ja nicht durch! Das ist ein dummes Pferdchen, Alter! Geht da was wenn ich hier was abbaue? Wo? Im Liter? Ja? Nö! Cool! Brauch ich mal hier ein bisschen ab! Ein bisschen da was! Hier! Oh mein Gott! Ihr Fisch! Spacken, Alter! Spacken! Spacken! Ja! Das wird abgeboten! Oh mein Gott! Alter! Weg! 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 Alter! Peperonis, Alter! Ihr seid so bescheuert! Warum bahnt ihr mich denn nicht? Oh Mann! Was jetzt ernst macht sie sonst das Trick ist abknommen! Oh mein Gott! Wo ist dieser Scheiss? Boah, Alter! Das ist so komplexbar! Geb素 Voll! War bis nun weg! geht! Loll! Ja pass auf! District 2 Warum machst du dir die Tür auf? Die Tür! War nicht auf! Warum bringst du sie mit?! Ja weil der mit rüber gesnackt ist! Achtung, Achtung, Achtung! Ein weißer, pass auf, pass auf! Die weißen sind harmlos. Okay, cool, alles. Die roten sind mies. Ich möchte jetzt aber gerne meine Sachen holen. Dreh ich die wieder? Muss ja wieder rüber gehen. Oh ja, ich hab meine Sachen. Oh nein, das Pferd brennt! Nein, Pferdchen! Nein! Ja, nein! Ich muss mal was testen, ich hab nicht was gefunden. Oh ja, Pferdchen! Oh, oh mein, Alter! Das Drecksding, Alter! Danke, wer war das? Was? Daxen fell out of the world. Toll, was hast du denn gemacht? Nein! Hä? Was geht dir ab? Wieso stehst du da oben, Alter? Was hast du denn dabei gehabt? Alles! Scheiße! Mein Zauberbuch ist jetzt weg, mein Kreisbuch ist weg. Ach, Mann! Hä, was habt ihr denn gemacht? Ich hab... ...geschossen über die Leitung und hab nicht gesehen, dass der am Rand steht. Ich dachte, der steht hinten auf seinem Ding drauf. Auf seinem... auf seiner Wiese. Binies, Alter! Hier, pass mal auf, mach mal kurz die Tür drauf. Ähm... Und besieg den Pick da. Pick Dingens. Der ist nämlich bei uns in der Welt. Ja, ich hab nix zum Kaputtglocken. Ja, ich auch nicht. Wie heißt das? Tauma... Yes! Betjen, wir gehen jetzt in den Neta und besiegen alle Spaten, ne? Warte kurz. Und Zauberstab. Wie heißt dieses blöde Buch? Oh mein Gott, das ist ja wieder eine actionreiche Folge. Scheiße. Ja, das war dumm. Hä? Wie sieht das aus? Das ist ja gar nicht drin. Äh, du brauchst doch nur, ähm... 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 Das ist ein Geist in meiner scheiß Zauberstab. Ja, das kann man doch eigentlich relativ schnell herstellen, oder? Ja, das ja... Ey, das war wirklich keine Absicht. Ich hab gedacht, du stehst hinten auf dem Ding auf. Schau mal, ich hab was leckeres gebacken. Ich stand hier auf dieser Leitung drauf. Und auf der Leitung kann man ja mit Shift ja nicht so wirklich halten. So, beim Block wär das ja wieder was anderes. Das ist ein bisschen passiert. Basten, Alter! Hast du gesehen, was ich dir gegeben hab? Ah ja, danke. Lecker Hamburger hab ich gemacht. Henning! Wo bist du denn? Hier. Hier. Hinter dir. Oh, okay, okay, hast du schon. Na gut, Questbuch gibt's ja auch. So, dann würde ich sagen, mit dem Hamburger in der Hand verabschieden wir uns. Ja. Und ich würde sagen, so. Bis zum nächsten Part. Tschüss. Kommt nach oben, wenn's euch gefallen hat. Und...